Gut, wir müssen weg hier. Los jetzt. Alles klar. Der Wagen, das ist unsere Deckung. Komm, lass abbauen. Oh. Okay, dann schieben wir mal. Ja, schiebt doch jetzt. Achso, ich muss halten, halten, halten. Ey, das sind doch Leute, Mann. Ey. Das sind wohl viele von denen. Ich auch, das ist ein Freund von mir, warte mal. Der von, wo schießen die denn noch? Hey. Okay, komm, schiebt mal an. Okay, komm, schiebt mal an. Scheiße. Ich sterb gleich. Ich hab auch ne blöde Knarre, Mann. Da, 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 da. Leine aus. Feind, da, da. Ich rede hier rüber. Feindkontakt! Feindliche Soldaten von Haus! Komm schon! Zugangspunkt rechts! Bewegung, Bewegung! Okay. Sanitäter, Sanitäter hierher! Okay, was haben wir in der APX? Keine Ahnung, was ist das denn so? Einer erwischt! Der Doktor ist in der Nähe. Erster Stock, nördliche Seite. Einer erwischt! Okay, ich gefah, Jungs. Ich kümmere mich um alles. Was ist das, man? Fuck! was ist das, ich habe keine Granaten mehr! In die Eier! Ich habe mir in die Fresse geschossen. Ich habe nur ein scheiß Gewehre hier, Mann. Was ist das, Mann? Geh mir mal eine scheiß Knarre. Tod. Ja, schieß mal die Blendengranate an. Okay, und jetzt? Hey, 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 hey. Ich brauche einen Sanitäter. Ich brauche einen Sanitäter. Kriege ich wohl wenigstens eine gescheite Knarre? Ich brauche einen Sanitäter. Wohin, die von links. Okay, Gyrion. Ich geh vor. Immer in die Beine. Immer in die Beine. Gibt doch mal eine gescheite Knarre, was ist das? Ah, immer dieses Dreierdinger-Schüsse Okay, Doris, ich geh vor Oh, ne, ich muss da hingehen Ah, vorstoßen, okay Ja, okay, Chef Ja, komm Ja, okay Die Tür weg, Mitchell Wen haben wir denn hier, den Doktor? Sie sind gefangen genommen Sie sind festgenommen Wie auch immer Wichser Bis jetzt ist Gideon ein guter Partner Ist da einer von den Guten? So geil, so futuristisch gemacht Wir befinden uns nicht mehr als 2055 Das wissen wir jetzt aber auch, ja Okay, Klassentreffen Das Klassentreffen auf der Highschool lief nicht so gut, wie es sein sollte Gideon Unsichtbare Krass Seid ihr meine Freunde? Meine Feinde? Feindliche Truppen sind im Anmarsch Wir geben Deckung Nehmt den Doktor Und bewegt euch Ich würde lieber wissen, wer mich schützt Das ist geheim Ob das eine gute Idee ist, Boss? Wir haben wohl keine Wahl Krass Die haben nicht mal Namen, wenn ich auf die gehe Keine Ahnung Auf die Bikes, los Komm schon, los geht's Los, los, los Ah, jetzt kann ich selbst fahren Yeah Gideon Geil Star Wars Welche Emisor war das? War das Ah Ups Okay, neuer Versuch Gideon Okay Achtung Okay, jetzt hab ich's kapiert Spring Ich kann nicht auch schießen Ich kann nicht auch schießen Gideon Komm schon Gideon Gideon Schönen Bedeon Schönen Oh Schönen 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 No, schönen Wie geil! Profit, Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Gideon Ende. Gideon Ende. Wie krass. Einsatzbericht. Mission abgeschlossen. Mit dem Titel Nachwirkungen. Sie haben Dr. Pierre Clannoy gefangen genommen. Die rechte Hand von Hades. Er wird zum Verhör hergebracht. Ich konnte gerade nicht richtig lesen, ehrlich gesagt. Ein bisschen unscharf für mich. Keine Ahnung warum. Okay. Schauen wir uns die Verbesserung an. Ja, die Panzerung, die ist am schwächsten. Kann ich noch was verbessern? Den, keine Ahnung, vielleicht die... Ich kann nichts mehr verbessern. Alles klar. Bei der nächsten Mission geht es weiter. Macht's gut. Ciao.